Damit Sie Ihre Mitarbeiter einmal motivieren bzw. überzeugen können, sollten Sie unbedingt einmal das Siegenproblem ins Spiel bringen. Das Siegenproblem baut auf folgenden Spruch, wenn wir so wollen, auf, nämlich, dass die Chance immer größer ist als das Risiko. Bei Veränderungsprozessen natürlich wird es auch immer noch mal Restrisiken geben, also mit anderen Worten, wenn die Erfolge dann nicht eintreten, aber auf alle Fälle haben Sie, wenn gewisse Veränderungen vollzogen werden, immer mehr Chancen als Risiken. Das Siegenproblem baut insofern einmal auf folgende Spielshow auf, nämlich, dass man hier einmal sagt, ein Kandidat muss auswählen zwischen drei Toren, also die einmal verdeckt sind und alles, was der Kandidat weiß, ist, dass hinter einem Tor verbirgt sich einmal ein Hauptgewinn und hinter den anderen beiden Toren jeweils eine Ziege, wenn man so will, die Niete. Und gehen wir mal vom folgenden Szenario aus, der Kandidat wählt jetzt einmal das Tor Nummer eins und der Moderator, der weiß natürlich, wohinter sich die Hauptgewinne und die Nieten verbirgen und nimmt insofern jetzt einmal eine Niete aus dem Spiel und sagt, zwei Tore sind jetzt noch übrig, möchten Sie Ihre Entscheidung noch einmal überdenken? Also beispielsweise, wie eben angesprochen, der Kandidat wählt Tor Nummer eins und Moderator sagt Tor drei auf, da eine Niete und fragt den Kandidaten jetzt, möchten Sie noch einmal wechseln? Und in dem Fall sollte einmal der Kandidat das unbedingt tun, denn vorher hat er einmal eine Gewinnchance gehabt von eins zu drei, also sprich 33,33 Prozent und wenn noch einmal gewechselt wird, steigt die Chance auf 66,67 Prozent. Warum ist das so? Das sehen wir uns mal an folgender Grafik an. In diesem Beispiel, also in dem Szenario Nummer eins, gehen wir mal davon aus, der Kandidat hat sich für Tor Nummer eins entschieden und somit gleich durch Zufall den richtigen Treffer ermittelt. Der Moderator nimmt einmal dann das Tor Nummer zwei raus und fragt die Kandidaten, möchten Sie jetzt einmal wechseln? Und in dem Fall, ja, da hätte der Kandidat dann tatsächlich verloren, also sprich, das ist dieses Restrisiko von den 33,33 Prozent. Aber gehen wir mal von einer anderen Situation aus, nämlich, dass der Kandidat jetzt wieder gesagt hat, einmal Tor Nummer eins und hier hinter verbirgt sich jetzt einmal eine Niete. Der Moderator, der weiß natürlich, hinter welchen anderen Toren sich die Nieten befinden, nimmt Tor Nummer drei einmal mit aus dem Spiel und fragt die Kandidaten, möchten Sie wechseln? Also möchten Sie jetzt das Tor Nummer zwei haben? In dem Fall hätte der Kandidat jetzt einmal gewonnen. Und dann Szenario Nummer drei. Der Kandidat hätte jetzt hier wieder die Niete gehabt, also wieder eine Ziege und der Moderator nimmt jetzt hier das Tor Nummer zwei aus dem Spiel und fragt den Kandidaten, möchten Sie wechseln? Und wieder hätte der Kandidat insofern einmal die Möglichkeit gehabt, hier den Hauptgewinn zu erzielen. Also mit anderen Worten, die Chance hier zwei zu drei, dass man ein Treffer damit landet. Und so können Sie auch Ihre Mitarbeiter einmal motivieren bzw. überzeugen, dass Veränderungen etwas Gutes sind. Also von daher denken Sie immer an das Ziegenproblem. Weitere Details finden Sie unter anderem nochmal bei Wikipedia. Wenn Sie bei Google jetzt Ziegenproblem zum Beispiel eingeben, da wird das nochmal sehr ausführlich soweit beschrieben. Aber ich denke mal, der Sinn und Zweck davon ist einmal klar. Und das können Sie eben wunderbar in Ihren Change Management Prozess zu Anfang einmal genau einsetzen, wenn Sie Ihre Mitarbeiter einmal nochmal überzeugen wollen, wenn Sie das Gefühl haben, dass die Mitarbeiter jetzt nicht ganz hinter der Veränderung jeweils stehen.